Fröhliche Weihnachten, ihr Lieben. Heute öffnet sich das letzte Türchen in unserem Hashtag Wir-Machen-Weihnachten-Advents-Kalender. Dafür aber gleich dreimal. Und zwar findet ihr heute auch ein Video bei Jelena und bei Nastja auf dem Kanal. Da schicke ich euch gleich rüber. Vorher habe ich aber noch eine kleine Überraschung für euch. Wir machen Weihnachten! Und zwar verlose ich den Boom 3. Das ist ein Bluetooth-Lautsprecher, den ihr super mitnehmen könnt. Er hat ordentlich Bass. Ich muss gestehen, Musik war in den letzten Wochen noch mal wichtiger für mich als sonst. Das hat mich irgendwie ganz gut so durch die letzten Wochen gebracht, die doch ein bisschen turbulent waren, glaube ich, für uns alle. Und ich glaube, Musik schafft es auch ganz gut, uns jetzt so ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu bringen. Also nehmt gerne an der Verlösung teil, wenn ihr eure Gewinnchancen noch mal verdoppeln möchtet. Dann nehmt auch gerne unter dem Posting auf Instagram teil. Verlinke ich euch alles unten nochmal in der Infobox. Und damit wünsche ich uns allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und jetzt schicke ich euch rüber zu Nastja und Jelena. Schaut euch die Videos an, lasst ganz viel Liebe da und fröhlich Weihnachten!